Das war nicht gut. Ach, ich nehm jetzt random. Ja. Ich nehm jetzt einfach eine ganz miese Stage. Ich nehm jetzt meine Stage. Oh nein. Amy, du wirst bein. Ich nehm schon meine Stage. Sag mal, psst, psst. Pikachu? Ach nee, Rob. Ja. Och nöööö. Das ist ja jetzt das Schlimmste. Ach Gott. Ne, du hast nicht Rob. Ich hab Game & Watch. Ich hab die Couch. Ich hab die Sandsack. Bitte meiße. Bitte nicht meine, die ist nehm scheiße. Yay! Die hab ich aber auch grad genommen. Also war's Showly. Ich glaub ich kann das, ich muss das irgendwie bestimmen, oder? Weil ich immer was ich genommen hab, Karten jetzt auch. Nein, das war's am meisten. Nein, eben war ja meine. Ja. Es ist immer so, dass der Zweitplatzierte eigentlich. Ach so, okay. Ach so, okay. Ach so, okay. So drittplatzierter Regeln, oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich kann da doch mit was zufallen. Weiß ich nicht. Wieso steht dann da immer eine Münze? Gertzien. Wo denn? Ach, das ist doch gay and watch. Hä? Was hast du gemacht? Ich hab dich hochgeschickt. Klar. Klar. Oh Gott. Da haben wir den ersten. Ja komm, du hast deinen Kreisel aufgelassen, seh ich doch. Ich weiß, aber ich wollte Q sein. Oh, da ist ein Ding. Ein Ding. Oh je. Oh je, nein, wieso spring ich da rein? Ist das Kaminholz auf Rädern, oder was ist das eigentlich? Ein... Skate-Boss. Ein Minecraft-Boss. Nein, das ist kein Skate-Boss. Nein, das ist kein Skate-Boss. Sehr gut, Andi, sehr gut. Ich kann's halt. Ich bin halt hier Ober-Pro. Du wolltest dieses versteckte Item holen, was da ganz oben ist, ne? Ja. Oder ein... Dieses Item, obwohl der Item ist ausgesch... Was hat das denn im Ero? Jaja, das ist ja so... Das ist ja so ein Hack, deswegen. Das Item ist nur da oben, auch wenn alles ausgestellt wird. Klar, hier. Hack und so. Kranke Scheiße, was ich jetzt gerade hier... Tapfer. Oh Mann, wo ist mein Kreisel? Auf Doom. Da ist er. Da ist der Kreisel auf Doom. Schon so spät. Ohohohohoho. Auchohhhohohohohohoh. Ein Wettbewerb. Oh Mann! Lass mich doch einmal meinen bögen Kreisel halbieren. Nein, nein. Nein, fuck! Ich wusste, dass es passiert. Doch, doch, doch?! La, la la, ich bleib mal da oben. Oh, scheiße. Oh, danke! Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ey, das ist lame! Ja, Prügel, Prügel! Prügel! Engineering mein Kauff Cons Reserve! Ey! Das ist doch mal lame! Guck, ich hab' dich jetzt in Ruhe gelassen. Ich werde auch weiter sagen können. Jaja ... Hier, Kreisel. Oh, Mann, das ist so dumm. Oh, oh, böse Augen? Oder was ist das? Ja, böse Augen. Nein, das sind Angeln. Genau, die Angeln gerade. Klar. Das ist so beim Pinball. Die Dinger. Ah, die Dinger. Wer kennt sie nicht? Die Dinger. Schreib jetzt hier auf den Baum. Verdammt. So viel dazu. Ja, der Baum. Der Baum mag dich nicht. Ja, ja. Was willst du eigentlich? Lass mich hier doch in Ruhe. Ja, wieder. So. Peach, lebst noch. Ich bin im Wald. Ja, was war das denn? Natürlich. Das war so ein Glück. Bleib mal hier drüben. Scheiße. Ja, das war natürlich sehr intelligent. Nein, 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 nein. Sehr interessante Choreografie, Andi. Was? Sehr interessante Choreografie, sagte ich. Komm her runter. Du musst jetzt tanzen dazu, Kai. Das ist nicht Bühne. Mach den Great Dance. Nein, meine Bühne. Schade. Andi drückt B. Oh Gott. Oh Gott. So viel. Oh, oh. Das wird nochmal enden. Oh. Nein, nein. Nein. Ich sterbe sowieso. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Hab ich. Tust nochmal. Das bringt mir doch nicht. Tust nicht. Ich weiß. Oh. Oh. Oh mein Gott. Nein. Boah, das ist aber auch eng jetzt. Ich hab Angst. Nein. Boah, das ist aber auch eng jetzt. Ich hab Angst. Nein. Oh Gott. Oh. Awesome. Aber Rob hat nicht so Sachen drauf wie Laserschießen, oder? Nein. Also das Original. Nein. Ja, aber richtig. Das ist ja zweimal. Das muss ich mal erwähnen. Oh. Oh. Wir können es ja jetzt mal testen, ähm. Das ist am besten einfach mal. Ihr nehmt alle irgendwie eine Stage und ich nehm eine. Mal gucken, ob das irgendwas zu bedeuten ist. Okay. Weil ich ja eben auch die eine Zeit stellen konnte. Ich nehm mal hier die, äh, Metal Gear Stage. Okay. Ich hab hier so. Fregato Orpheon genommen. Oh yeah. Die mag ich die Stage, aber richtig. Gerade wenn es sich so schön dreht. Nein. Nein. Okay. Kein Muster. Ne. Ist zufällig. Ey man, später mach ich hier. Feier M im Duell. Später mach ich hier so mitten. Wenn ihr alle auf einem Platz seid, dann lasse ich einen fahren. So richtig heftig, man. Ihr werdet jetzt sterben. Ich träum weiter. Da. Om nom 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 nom. Komm her. Oh. Decker. Schwer. Oh. So. Motorrad. Hey. Motorrad. Nein. Boah. 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 Warum isst du dein Motorrad nicht? Komm. Ja. Was? Oh. 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 Das ist groß. Darauf war ich nicht eingestellt. Das hab ich jetzt. Das hab ich vorher nicht gerechnet grad. Weng 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 weng. Boah. Ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Boah. Das gibts doch nicht. Ja. Rettet er sich da auf diese Lamer-Plattform. Ich hätte. Ich wär's trotzdem noch reingekommen. Mit der. Mit dem. Ankenfier. Bam. Motorrad. Warum wird jetzt dunkel? Warum nicht? Deswegen hat's das Licht ausgeschaltet. Darauf wird's dunkel. Ja. Was? Nein. Fuck. Scheiße. Na super. Ja und jetzt verschwindet die Blai- Was ist das? Nur für dich. Das von liebt ich. Nein, ich wollte dich essen. Schade. Oh, lecker wie Katzen. Oh, lecker wie Katzen. Oh, lecker wie Katzen. Oh, lecker. Oh, lecker wie Katzen. Oh, lecker wie Katzen. Oh, lecker wie Katzen. Oh, lecker wie Katzen. Oh, wer will dicke Weifen haben? Da ist ein Rad! Rad! Mein Rad! Nimm mich nicht! Nimm mich immer noch nicht, nimm mich immer noch nicht! Da bin ich! Da! Irgendwo, oder? Ja, wunderschön! Ram, 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 ram! Nein! Ah, nein! Du hast ein großes Rad! Fuck! Bleib weg von mir! Au! Oh Mann, ich wollte gerade eine fahren lassen! Oh, Moment mal! Woah! Woah! Ich darf es gerne mal anders machen, Andi! Bleib weg von mir! Bam! Boah! Wie es mich hochgeschleudert hat, man! Wie es mir nichts gebracht hat, man! Ja, und? Es sah episch aus! Ja, es geht um den Effekt! Toll, jetzt habt ihr es kaputt! Oh! So ein kleiner! Oh! Oh! Es tritt sich wieder! Wie lame! Ewig! Ey, wie lame das ist! Wuhu! Komm! Sehr schön! Nehmen wir doch die gleichheitlichsten Stage, die mich von selbst umbewegen! Hab sie doch! Ja, aber nicht dreimal! Ja, und? Da ist sie weg, ne, Showly? Ja, genau bei mir wieder! Aber ich hab das ja auch nicht nötig! Diese Lamer-Plattform! Ich hätte sie auch nicht nötig gehabt! Jaja, das sagst du jetzt! Ich konnte auf einmal nach oben und nach! Du hast es aber nicht getan, was? Du hast es in Kauf genommen, dass du diese Lamer-Plattform benutzt! Ja, schon klar, weil du da standest und mich klauert hast! Dann nehm ich lieber die Lamer-Plattform! Ich bin doch eh schon tot! Oh! Oh! Das war Pikachu! Oh! Das war Pikachu! Oh! Und da! Noch coole Pose mit deinem Scherz! Ja! Da hat er es gesagt! E-Fischerspruch! E-Fisch! Dichte! E-Fischers furry! Dichte! Vielen Dank.